Katharina Fötter ist eine deutsche Schauspielerin. Leben. Nach dem Abitur besuchte Fötter von 2003 bis 2007 die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und schloss Siese mit dem Diplom ab. Bereits während des Studiums gastierte sie in den Sophiensee in Berlin und war mit dem Nationaltheater Mannheim in der Mutzatoper Ascanio in Albazou. Gast bei den Salzburger Festspielen 2006. Vom Mai 2007 bis Juni 2010 war sie Ensemble-Mitglied des Wiener Volkstheaters. Seit der Saison 2010-2011 ist sie am Landestheater Linz engagiert. Theater. 2001. Im Anfang war der Ursprung oder eine Ich-Komposition. 2005. Tod eines Handlungsreisenden. 2005. Was ihr wollt. 2006. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo eine Installation für Schauspieler. 2006. Ascanio in Alba. Volkstheater Wien 2007. Volker Schmidt das Ballhaus als Frau mit dem schlechten Gewissen. Österreich. Erstaufführung. 2007. Johannes Treu. Einen Jux will er sich machen. Als Minna. 2008. Ödön von Horvath. Geschichten aus dem Wiener Wald als Marianne. 2008. Dimitra Edinev. Eine heikle Sache. Die Seele als Nadesch da Prekupenka. Uraufführung. 2008. Janina Carbonari Ustop ala Tempo als Paula. E.A. 2008. Jasminaritza ein spanisches Stück als Nuria. Deutsche Erstaufführung. 2008. Arthur Miller. Tod eines Handlungsreisenden als Miss Forsytsch. 2009. John von Düffel. Bagdad Brandt als Reverbent. E.A. 2009. Lehal. The P.I.T.T. Min Painters im Zeichen der Kunst als Helms Avalent. D.A. 2009. Samuel Edimson. Alles über meine Mutter als Nina. C.R.U.Z. D.A. 2009. Julia Rabinowitsch. Fluchtarien. Monolog für drei Stimmen und eine Tastatur. 2009. Woody Allen. Purple Rose of Cairo als Jane Marta. Reporterin Ua. 2010. Eugene Scribe das Glaswasser als Herzogin von Malbore. Volkstheater in den Bezirken. 2010. D.A. Lohr. Das letzte Feuer als E.D.N.A. E.A. Landestheater Linz. 2010. Frank Wedeken Frühlingserwachen als Mutter. 2010. William Shakespeare der widerspenstigen Zähmung als Bianca Hortensio. 2011. Friedrich Schiller die Räuber als Amalia von Edelreich. 2011. Joel Pomerat Kreise. Visionen D.A. 2011. Jean Anuian Tigann als Antigan. 2012. Frank Wedeken Lulu als Lulu. 2012. Franz Gripatzer die Jüdin von Toledo als Esther. 2012. Johann Wolfgang von Goethe Stella als Stella. 2012. Franz und Paul von Schönwenn der Raub der Sabinerinnen als Paula Gollwitz. 2013. Falk Richter Rausch. 2013. Projekt von Gerhard Willert Land der Lämmer. 2014. Anton Tschecho Ivanov als Anna Petrovna Sascha. 2014. Friedrich Schiller Kabale und Liebe als Luise. 2015. Steffen Sondheim, George Ford Company als Sarah. Sonstiges. Fötter begann bereits im Alter von fünf Jahren Violine zu spielen. Sie wirkte an zahlreichen Lesungen, szenischen Lesungen, Konzerten und Hörspielproduktionen im deutschen Sprachraum mit. Im Jahr 2009 wurde Fötter für den Karlsgrau-Preis für die beste schauspielerische Nachwuchsleistung nominiert. 2013 entwickelte sie gemeinsam mit Schauspielkollege Christian Manuel Oliveira den musikalischen Abend Niemandsland, der in der Blackbox-Launch des neuen Musiktheaters zur Aufführung kam. Katharina Fötter ist die Initiatorin der Living Portraits, die seit der Eröffnung des Musiktheaters am Volksgarten in der dortigen Sinnebox zu sehen sind. Die Living Portraits sind ca. 150 einminütige Portraitfilme des Ensembles des Landestheaters Linz, die in Zusammenarbeit mit Bernd Kranebitter und dem Ars Electronica Center präsentiert werden.